Es gab schon die letzten Tage wirklich sehr, sehr krasse, seltene Sachen. Auch heute gibt es wieder was ultra seltenes. Wir gehen direkt auf den Shop drauf und fangen dann ganz oben an. Erstmal mit dem J.Belvin-Paket. Das ist nach 198 Tagen zurück. Jetzt noch nicht krass besonders, aber auch schon ein bisschen seltener. Den gibt es hier in drei verschiedenen Stilen. Diesen J.Belvin-Skin ist ja, glaube ich, ein Musiker gewesen. Dann gibt es hier einmal das Rücken-Accessoire. Das kann man auch als eine Hacke benutzen. Und dann gibt es hier noch diesen Belvin-Cruiser als Gleiter. Und das in eine Party-Mode. Ja, die Sachen, wie gesagt, 198 Tage nicht hier gewesen. Darunter das Vertraute des Sturms-Paket. Ist aber auch nur knapp einen Monat her mit der Nara, mit dem Taro. Da gibt es hier ebenfalls noch eine Hacke. Und hier unten diesen Gleiter. Wie gesagt, auch einen Monat her. Dann gibt es hier noch das Bittere Medizin-Paket. Das ist ebenfalls nur einen Monat her. Und dann kommen wir gleich auch schon zu den seltenen Sachen. Denn hier drunter sieht man einmal den Fennig-Skin zurück. Ist nur nichts Besonderes. Ist nur einen Monat her. Daneben aber die Stachelschwing-Hacke. Die ist ultra selten. Ich zeige erstmal den Ton. Und die war 1250 Tage lang nicht hier. Also auch schon wieder verdammt selten. Über drei Jahre nicht hier gewesen. Fast vier sogar wieder. Also das ist wieder wirklich krank. Daneben gibt es einmal den Shogun noch zurück, der auch wieder nur einen Monat her ist. Das wiederum ist dann natürlich nichts Besonderes. Ich glaube die Sachen kennt man ehrlich gesagt auch schon. Und dann gibt es also das Erasol-Assassin-Paket. Und da gibt es einmal den Komplex-Skin. Den Abstrakt-Skin. Und dann gibt es hier noch diese Rollerhacke, den Gleiter. Alles so in diesem farbigen Look. Und das Zeug ist aber auch nur knapp zwei Monate her. Jetzt nichts Besonderes. Ist auch ein wirklich großes Paket für 2500. Und dann gibt es auch noch hier die No-Skins. Und ich glaube die alten No-Skins auch in Kapitel 2 sind auch nochmal zurück. Also hier Kapitel 1 No-Skins und hier Kapitel 2 No-Skins auch nochmal zurück. Nach knapp einem Monat nichts Besonderes. Und hier die täglichen Sachen. Da gibt es einmal ganz vorher natürlich immer noch die Ziege. Und hier die Nachthexe. Die ist nach drei Monaten zurück. Und dann gibt es hier noch Schrottdüse, den Gleiter nach knapp zwei Monaten. Die Meteorit-Lackierung auch zwei Monate her. Dann gibt es hier noch Adler. Ebenfalls die zwei Monate her. Kennt auch glaube ich noch jeder. Und setzt sich doch es auch nur zwei Monate her. Demnach gibt es diesmal bei den täglichen Sachen jetzt nichts Besonderes. Und ich glaube da drunter ist auf jeden Fall weniger am Start. Hier fehlen auf jeden Fall die ganzen Sachen. Okay, also jetzt haben wir endlich nicht mehr so viel Zweck hier in unserem Start. Und ja wie gesagt das Besondere ist aber sowieso heute dann genau diese Hacke hier. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.